Realme GT Neo 3T Häufige Probleme und wie man sie löst Hallo liebe Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe es geht euch gut, bei guter Gesundheit und in einem glücklichen Zustand. Heute habe ich ein neues Video mit euch, welches die häufigsten Realme GT Neo 3T Probleme sind und wie man sie löst. Ich hoffe, es gefällt dir, aber bevor du es dir ansiehst, abonniere den Kanal, um alles neue zu erhalten, und lass uns jetzt der Erklärung folgen. Jedes Smartphone hat einige Fehler und Probleme mit Software und Hardware. Es gibt keine solchen Smartphones, von denen wir sagen können, dass sie perfekt sind. Wenn sie auf ihrem Realme Gerät auf softwarebezogene Probleme stoßen, können diese Mithilfe dieses Videos einfach behoben werden. Fehlerbehebung bei häufigen Problemen mit Realme GT Neo 3T Ich werde verschiedene Probleme zur Fehlerbehebung besprechen, die bei Realme GT Neo 3T Smartphones auftreten. Dieser Blogbeitrag soll Ihnen bei der Behebung von Problemen helfen, die mit Ihrem Telefon auftreten können. Netzwerkprobleme in Realme GT Neo 3T Dieses Netzwerkproblem wird oft von fast jedem Android-Gerät verursacht. Wenn Ihr Realme-Telefon kein richtiges Signal empfängt oder das Mobilfunknetz nicht funktioniert oder schwankt, betrachten Sie die folgenden Schritte. Lösung Überprüfen Sie, ob für Ihr Gerät ein Software-Update verfügbar ist. Wenn verfügbar, aktualisieren Sie es. Schalten Sie Ihr Gerät aus. Entfernen Sie die SIM-Karte aus Ihrem Realme GT Neo 3T und legen Sie die SIM-Karte erneut ein. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld. Schalten Sie den Flugmodus für einige Sekunden ein und wieder aus. Gehen Sie zu SIM- und Netzwerkzugangspunktnamen Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen. Es können Netzwerkprobleme auftreten, wenn Sie den Bootloter entsperren, ein benutzerdefiniertes ROM installieren oder wiederherstellen. Stellen Sie sicher, dass Roaming-Dienste in den Netzwerkeinstellungen aktiviert sind. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter und fragen Sie ihn, ob das Problem bei ihm liegt. Nachdem Sie die oben genannten Korrekturen angewendet haben, müssen Sie Ihr Realme GT Neo 3T-Smartphone neu starten. Verzögerungsproblem bei Realme GT Neo 3T Haben Sie das Gefühl, dass die Smartphone-Oberfläche langsam und träger ist? Wenn ja, hier ist die Lösung für Ihr Gerät. Dieses Problem mit Smartphones betrifft fast jeden und ist heute das häufigste Problem bei allen Geräten. Dies kann jedoch auch bei neueren Telefonen passieren, da wir dazu neigen, den Arbeitsspeicher neuerer Modelle mit Apps oder Dateien zu füllen, die wir eigentlich nicht mehr benötigen. Lösung Überprüfen Sie, ob Ihr Realme GT Neo 3T eine hohe Temperatur hat. Manchmal funktionierten aufgrund von Überhitzung verschiedene Funktionen des Geräts nicht mehr. Haben Sie mehrere Tabs in Ihrem Browser geöffnet? Wenn ja, schließen Sie es. Das Öffnen vieler Registerkarten erhöht die RAM-Nutzung auf Ihrem Telefon. Damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, muss noch etwas interner Speicherplatz auf Ihrem Telefon vorhanden sein. Entfernen Sie unerwünschte Apps von Geräten wie Antivirus-Apps und Junk-File-Cleaner-Apps. Haben Sie kürzlich eine App installiert und haben ein langsames Problem? Wenn ja, dann installieren Sie diese App. Danach begann das Problem. Wenn Sie eine Mikroskarte in Ihr Telefon eingelegt haben, stellen Sie sicher, dass Sie Mikroskarten der Klasse 10 verwenden. Sie sind schneller als normale Karten. Aktualisieren Sie Ihre Telefonsoftware auf die neueste Version, falls verfügbar. Haben Sie Probleme mit wenig Speicherplatz? Ja, verwenden Sie die Lite-Version der Apps wie Facebook Lite, Messanger Lite, Twitter Lite, YouTube Go und so weiter. Öffnen Sie den Play Store und aktualisieren Sie alle Ihre Apps, wenn Updates verfügbar sind. Verwenden Sie einen Drittanbieter? Dann installieren Sie es sofort. Meistens verlangsamt die Verwendung verschiedener Launcher-Apps das Gerät. Dann installieren Sie außerdem alle auf Ihrem Telefon installierten Icon-Packs oder von Packs von Drittanbietern. Löschen Sie den Cache und die Junk-Dateien von Ihrem Gerät, und das Problem sollte behoben sein. Es muss ein Hardware-Problem vorliegen, wenn bei Ihrem Realme GT Neo 3D weiterhin Verzögerungsprobleme auftreten. Bluetooth funktioniert nicht auf Realme GT Neo 3D. Probleme mit der Bluetooth-Kopplung und Verbindung können lästig sein. Ihr Telefon kann möglicherweise keine Verbindung zu Ihrem Auto herstellen oder es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, es mit den Lautsprechern zu koppeln. Lösung Ihr Telefon heizt sich regelmäßig auf, aber es könnte der Akku oder etwas anderes sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Telefone während des Gebrauchs überhitzen. Dies ist normalerweise ein Zeichen für eine intensive Verarbeitungsaktivität bei der Arbeit. Z. B. Das Spielen von Spielen und das Streamen von Musik oder das gleichzeitige Ausführen mehrerer Apps. Hier sind die Schritte, um das Heizungsproblem loszuwerden. Lösung Schließen Sie die im Hintergrund laufenden Apps und prüfen Sie, ob dies Ihnen hilft, das Problem zu beheben. Führen Sie einen grundlegenden Neustart Ihres Realme Telefons durch und prüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Schalten Sie Wifi, GPS, Bluetooth und andere Verbindungsoptionen aus, wenn Sie sie nicht verwenden. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und deaktivieren Sie die automatische Helligkeit. Wird dieses Problem durch das Aufladen Ihres Telefons über die Powerbank verursacht? Wenn ja, dann ist dies der Hauptgrund. Häufig führt das Spielen von Spielen während des Ladevorgangs zu Überhitzungsproblemen. Die Umgebungstemperatur kann für die Überhitzung des Geräts verantwortlich sein. Starten Sie Ihren Realme GT Neo 3T im abgesicherten Modus und prüfen Sie, ob dies hilft. Stellen Sie sicher, dass Ihre Telefonsoftware und Anwendungen auf dem neuesten Stand sind. Es kann zu Überhitzungsproblemen kommen, wenn Sie viele Apps auf Ihrem Telefon installiert haben. Dann installieren Sie Apps und Spiele, die nicht verwendet werden. Geben Sie so viel internen Speicher wie möglich frei. Dies wird definitiv das Gesamterlebnis Ihres Telefons verbessern. Wenn Sie hochwertige Grafikspiele spielen, ist eine Erwärmung normal. Scannen Sie Ihr Telefon mit PC-Antivirus. Möglicherweise befindet sich auf Ihrem Telefon ein Virus, der ein Heizproblem verursacht. Probleme mit der Realme GT Neo 3T Kamera Haben Sie auf dem Realme GT Neo 3T Smartphone Fotos in schlechter Kameraqualität? Wenn ja, dann sind hier die bewährten Schritte, um dieses Problem zu beheben. Lösung Dieses Problem wird durch einen Fehler im Android-Betriebssystem verursacht. Um es zu beheben, müssen Sie auf ein offizielles Update des Herstellers Ihres Geräts warten. Haben Sie eine Kamera-App eines Drittanbieters installiert und stehen Sie vor diesem Problem? Ja, dann installieren Sie es und verwenden Sie die offizielle Kamera-App. Wenn Sie das beste Ergebnis mit Ihrer Kamera erzielen möchten, verwenden Sie unbedingt die Bildstabilisierungsoption. Löschen Sie den Cache der Kamera-App und öffnen Sie die App. Überprüfen Sie, ob dies das Problem löst. Aktivieren Sie in der Kamera-App die HD-Option. Überprüfen und entfernen Sie alle zuvor auf dem Bildschirm Ihres Telefons angebrachten Glasschutzfolien. Wenn Sie dunklere Fotos erhalten, schalten Sie das Kameralicht ein. Änderungen an den Kamerinstellungen können dieses Problem verursachen. Ändern Sie die Kamerinstellungen auf die Standardeinstellungen und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Entfernen Sie den Kamera-Filter von Ihrem Telefon, wenn Sie einen davon verwenden. Reinigen Sie das Kamera-Objektiv des Realme GT Neo 3T und prüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Es muss ein Hardware-Problem auf dem Realme GT Neo 3T vorliegen, damit die Kamera nicht richtig funktioniert. Realme GT Neo 3T Akku entlädt sich schnell. Es ist ein häufiges Problem, mit dem fast jeder Smartphone-Besitzer konfrontiert ist. Wenn der Akku Ihres Realme GT Neo 3T schnell leer wird, versuchen Sie normalerweise die folgenden Schritte, um das Problem zu beheben. Lösung Denkstellieren Sie Apps zur Reinigung von Junk-Dateien wie Cleaner und RAM-Booster-Apps. Diese Apps laufen im Hintergrund und entladen ständig den Akku. Deaktivieren Sie die automatische Helligkeit und verringern Sie die Helligkeit, wenn sie nicht benötigt wird. Gehen Sie zu Einstellungen Anzeige Bildschirm-Timeout stellen Sie die minimale Bildschirmzeit auf 30 Sekunden ein. Auf diese Weise schaltet sich Ihr Telefon-Bildschirm automatisch aus, wenn Sie es nicht verwenden. Öffnen Sie das Benachrichtigungsmenü und schalten Sie den Energiesparmodus auf Ihrem Realme GT Neo 3T ein. Schalten Sie Bluetooth, GPS, Standort und so weiter aus, wenn Sie es nicht verwenden. Wenn bei eingeschalteten mobilen Daten ein Problem mit dem Batterieverbrauch auftritt, ist dies normal. Überprüfen Sie, ob dieses Problem auftritt, während Ihr Gerät im abgesicherten Modus läuft. Deaktivieren Sie Benachrichtigungen für unwichtige Apps. Einer der Gründe könnte sein, dass Ihr Gerät von Malware betroffen ist. Reinigen Sie es mit Antiviren-Apps. Längeres Spielen oder Ansehen von Videos kann dieses Problem verursachen. Wenn bei Realme GT Neo 3T immer noch ein Problem mit der Batterieentladung auftritt, besuchen Sie das Realme Service Center und lassen Sie die Batterie Ihres Telefons überprüfen. Realme GT Neo 3T bleibt beim Startbildschirm hängen. Bleibt Realme GT Neo 3T beim Realme Logo hängen und lässt sich nicht einschalten? Wenn ja, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wir können Ihnen möglicherweise helfen, dieses Problem zu lösen und schnell wieder an die Arbeit zu gehen. Im Folgenden haben wir einige mögliche Korrekturen behandelt, um das lästige Boot-Loop- oder Softbrick-Problem zu beseitigen. Lösung Erzwingen Sie einen Neustart des Realme GT Neo 3T, halten Sie die Leiser und die 1-Aus-Taste gedrückt, bis Ihr Gerät neu gestartet wird. Dies löscht normalerweise den Speicher und hilft dem Gerät, normal zu starten. Starten Sie Realme GT Neo 3T im abgesicherten Modus neu. Schalten Sie dazu Ihr Telefon aus, wenn Sie es nicht ausschalten können. Lassen Sie den Akku des Telefons vollständig entladen, bis sich das Gerät ausschaltet. Drücken Sie die Einschalt-Taste. Sobald das Realme-Logo auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie sofort die Leiser-Taste. Suchen Sie nach dem Neustart des Telefons im abgesicherten Modus nach dem Problem. Möglicherweise gibt es eine App, die ein Boot-Loop-Problem verursacht. Sie können die App einstellieren und Ihr Telefon im normalen Modus neu starten. Wenn sich Ihr Gerät noch nicht einschalten lässt, wiederholen Sie die Schritte 1-4. Starten Sie Realme GT Neo 3T im Wiederherstellungsmodus. Nachdem Sie Ihr Gerät im Wiederherstellungsmodus gestartet haben, müssen Sie als erstes die Cache-Partition löschen. Wenn das nicht hilft, setzen Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurück. Nachdem Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben, wenden Sie sich an ein Realme-Service-Center und lassen Sie Ihr Telefon reparieren, wenn das Problem immer noch nicht behoben ist. Apps und Spiele stürzen auf Realme GT Neo 3T immer wieder ab. Wenn Sie versuchen, eine App oder ein Spiel auf Realme GT Neo 3T zu öffnen, und es plötzlich abstürzt, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Dies ist ein häufiges Problem und kann leicht gelöst werden, indem Sie diesen Schritten folgen. Lösung Ihre Apps und Spiele sind möglicherweise veraltet. Aktualisieren Sie alle Anwendungen auf die neueste Version. Löschen Sie den Cache der jeweiligen App, bei der Sie mit dem Absturzproblem konfrontiert sind. Gehen Sie zu Einstellungen Apps, tippen Sie auf die drei Punkte, tippen Sie auf Ab-Einstellungen zurücksetzen. Überprüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Es besteht die Möglichkeit, dass das Problem durch einen Telefonvirus verursacht wird. Überprüfen Sie, ob ein Software-Update für Realme GT Neo 3T verfügbar ist. Wenn verfügbar, aktualisieren Sie es. Starten Sie Ihr Telefon neu und prüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Stellen Sie sicher, dass der Energiesparmodus auf Ihrem Realme GT Neo 3T deaktiviert ist, falls er aktiviert ist. Realme GT Neo 3T kann keine Verbindung mit LAN-Problem herstellen. Wenn Sie versuchen, eine LAN-Verbindung auf dem Realme GT Neo 3T herzustellen, schlägt die LAN-Verbindung trotz Eingabe des richtigen Passworts fehl? Wenn ja, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das LAN-Problem auf Ihrem Realme-Telefon zu beheben. Lösung LAN vergessen und neu verbinden Öffnen Sie die LAN-Einstellungen. Tippen Sie auf das LAN-Netzwerk und tippen Sie auf Vergessen. Schalten Sie dann LAN auf Realme GT Neo 3T aus und wieder ein. Klicken Sie anschließend auf das LAN-Netzwerk, geben Sie das Passwort ein und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Überprüfen Sie die Anzahl der mit dem LAN verbundenen Geräte. Wenn das Netzwerk die maximale Anzahl von Geräten erreicht hat, kann dieses Problem auftreten. Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Geräts zurück, öffnen Sie dazu Einstellungen Systemoptionen zurücksetzen. Zurücksetzen tippen Sie auf die Option LAN, Mobil und Bluetooth zurücksetzen. Versuchen Sie schließlich, Ihr Telefon und Ihren LAN-Router neu zu starten. Dies kann das Problem definitiv lösen. Und am Ende des Videos danke ich Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem neuen Video.